Ja, es gibt heute Regen, es gibt Schauer und Gewitter und ja, auch morgen kann es zum Teil kräftigen Regen geben, aber nein, die Dürre wird damit nicht beendet, denn der große Landregen, der bleibt eben weiter aus. Und unser befreundeter Landwirt aus dem schönen Westerwald hat schon gesagt, wenn das so weitergeht, das wird wirklich böse. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Denn nach der Gewitterlage kommt ab Sonntag schon wieder das nächste Dauerhoch zu uns nach Deutschland und das heißt Sonne satt, eine weitere Woche mindestens ohne Regen, mit viel Sonnenschein, aber zumindest mal mit angenehmen Temperaturen. Ja und zur heutigen Gewitter- und Unwetterlage mal ein passender Kommentar oder auch eher weniger passend von einem J.J.? Ich warte immer noch auf die Sturzflut von letzter Woche und ein paar Smileys hinten dran. Naja, ist es jetzt eher ironisch gemeint oder ist es jetzt ein echter Kommentar? Freut sich da jemand auf Sturzfluten zu Hause, dass der Keller vollläuft? Ich bin eben ein bisschen überrascht, wie sich alle beschweren, wenn bei Ihnen nicht die Welt untergegangen ist mit Sturzfluten, kein Wasser im Keller steht, das Dach nicht abgedeckt worden ist, da wird sich quasi beschwert. Naja, ich sag's mal so und ich sag's auch immer wieder gerne, diese Prognose der Gewitter und Schauer, wie auch heute und morgen, das ist eine sehr regionale Angelegenheit und man kann nicht im Vorfeld genau sagen, wo die Schauer und Gewitter runterkommen. Sie werden bei weitem nicht jeden treffen, das gilt auch heute wieder. Die Mehrzahl wird keine Schauer und Gewitter abbekommen. Ich sag's gerne noch einmal und ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Hier gibt es sogar schon einen vorgefertigten Text dazu. Wir schauen weiter und zwar auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Freitag. Da sehen wir, die Kaltfront kommt herangezogen und da gibt's heute zum Teil einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Aber auch das neue Dauersonnenhoch, das ist auch schon zu sehen. Hier auf dem Atlantik steht's, es kommt in den nächsten Tagen am Sonntag zu uns und dann geht das sonnige und trockene Wetter in die nächste Runde. Wir schauen auf die Wetterkarte vom heutigen Freitag. Im Tageslauf gibt's zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Wie immer, die Mehrheit wird nichts abbekommen, aber regional, vor allen Dingen hier im Osten, da kann's zum Teil ordentlich heftig scheppern mit Starkregen, Sturmböen, Hagel, das volle Programm. Auch im Westen sind einzelne Schauer und Gewitter mit dabei, aber auch da bei weitem nichts flächendeckendes. Die Temperaturen 25 bis 27 Grad, ganz im Westen, im Südwesten bis zu 30 Grad und dazu wirklich eine unangenehme und drückende Schmühle. Noch heißer, noch unangenehmer hier im äußersten Osten bis zu 33 Grad, da schwitzt man quasi schon im Sitzen. Das Wetter nach zum Samstag bringt immer noch kräftige Regenschauer, vor allen Dingen hier nach Osten und teilweise auch nach Norden hin. Im Süden auch noch einzelne Schauer, zum Teil mit Gewittern, aber hier im Westen, da lockern die Wolken stellenweise auch schon wieder ein klein wenig auf und die Temperaturen gehen bis morgen früh auf 18 bis 15 Grad zurück. Der Samstag bringt anfangs im Westen noch ein paar kurze Schauer, am längsten nass bleibt's wohl hier im Osten. Hier zum Teil noch mal kräftige Regenfälle, kräftige Schauer, vor allen Dingen rund um Berlin und Brandenburg. Brandenburg hat man mal so ein bisschen Hoffnung auf mehr Regen, vor allen Dingen Brandenburg wartet ja auf Regen, vor allen Dingen der äußerste Osten von Brandenburg, da war es ja auch sehr trocken die ganze Zeit. Die Temperaturen insgesamt deutlich angenehmer, die große Hitze ist verschwunden, 20 bis maximal 26 Grad werden morgen am Samstag erreicht. Und dann am Sonntag, das neue Hoch ist da, das Spiel geht von vorne los, nur bei etwas tieferen Temperaturen. Keine extreme Hitze mehr von über 30 bis 35, 36 Grad. Es wird angenehm sein, 23 bis 28 Grad und die schwüle Luftmasse ist auch verdrängt worden. Ich denke mal, damit können wir leben. Also für mich wären das Wohlfühltemperaturen, wenn eben die Trockenheit nicht wäre. Ja und die Trockenheit, ja die bleibt erhalten, Montag, Dienstag, Mittwoch, was soll ich sagen, weiterhin viel Sonnenschein, ab und zu mal ein paar Wolken, aber Regen ist eben nicht in Sicht. 23 bis 29 Grad am Montag, 20 bis 29 Grad am Dienstag und der Mittwoch, der letzte Augusttag, bringt uns 22 bis knapp 30 Grad am Oberrhein. Da können am Mittwoch mal ein paar Wolken vorüberziehen. Und der Blick auf die zweite Wochenhälfte, es bleibt insgesamt bei dem sehr sonnigen und sehr warmen Wetter, aber keine Hitze mehr. Ich kann noch mal Entwarnung geben, für alle hitzige Plagen, die große Hitze ist nicht mehr in Sicht in der nächsten Woche. Der Donnerstag bringt 22 bis 29 Grad, der Freitag 22 bis 28 Grad. Dann mit Potenzial im Norden und Westen für einzelne Schauer und Gewitter. Ob es genutzt wird, das müssen wir noch uns anschauen in den nächsten Tagen. Und der Samstag dann wieder, der erste Samstag im September mit viel Sonnenschein und Temperaturen um die 23 bis 29 Grad. Und was macht unser aktueller Sommer 2022? Mittlerweile auf Platz 3 der wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und das war, wie gesagt, immerhin schon im Jahr 1881 der Fall gewesen. Und wir sehen die vergangenen 20, 30 Jahre. Wohin geht der Trend nach oben? Die Sommer sind bei uns in Deutschland immer wärmer geworden. Unangefochten auf Platz 1 der Hitzesommer aus dem Jahr 2003. Der kostete viele Menschen das Leben, vor allen Dingen auch in Frankreich. In Altenheim sind die Menschen wie die Fliegen gestorben. Das war also wirklich ein sehr brutaler Sommer gewesen. Auch in diesem Sommer ist es sehr heiß gewesen, aber eben nicht ganz so heiß im Durchschnitt wie der Sommer 2003. Aber immer noch heiß genug. Was macht nun der Regen? Wir schauen nochmal genau hin, was da heute passieren kann. Und zwar ist das der Zeitraum von heute Freitag 14 bis 17 Uhr, was das amerikanische Wettermoll an Regen berechnet. Und da sehen wir immer so lila Punkte hier. Das sind Bereiche, da rechnen die Amerikaner mit heftigen Schauern und Gewittern. Die werden natürlich nicht genau dort stattfinden. Die können auch mal ein bisschen nach Osten, nach Westen verschoben sein, gar nicht auftreten hier. Aber das ist so ein ungefährer Trend, wo es am heftigsten werden könnte. Schwerpunkt also im Norden und teilweise hier im Osten Richtung Sachsen, Thüringen. Da drohen zwischen 14 und 17 Uhr zum Teil kräftige Schauer- und Gewitterentwicklungen. Hier auch über dem Norden. Nur der Westen, naja, der bekommt hier und da mal ein paar Schauer und Gewitter ab. Aber nicht das große Ding. Und auch der äußerste Osten, der bleibt erstmal außen vor. Wir schauen weiter auf 17 bis 20 Uhr. Dann kann es ordentlich krachen, auch vermehrt hier nach Osten rein, Richtung Meck-Pom, Ostseeküste. Und auch hier Thüringen, Sachsen scheint so ein Schwerpunkt zu sein. Da kann was abgehen. Ja, und im äußersten Westen, wie soll das anders sein? Da kommt auch weiterhin fast nichts vom Himmel runter. Vielleicht mal ein kurzer Schauer oder mal ein kleines Gewitter, aber nichts Größeres. Und der Blick noch auf den Zeitraum heute Abend 20 bis 23 Uhr. Welche Regensummen werden da erwartet? Ein Schwerpunkt hier über Sachsen-Anhalt, vielleicht Brandenburg-Sachsen rüber. Da könnte es auch noch mal kräftige Gewittergüsse geben mit Starkregen. Bis zu 20 Liter Regen innerhalb von drei Stunden. Ansonsten noch ein paar Schauer und Gewitter hier auch mal im Südwesten, im äußersten Westen. Da passiert im Grunde gar nicht viel. Und auch am Alpenrand sind nur einzelne Schauer und Gewitter zu erwarten. Dann geht es weiter und zwar morgen am Samstag. Da bleibt es dann insgesamt auch noch mit einem Schwerpunkt im Osten hier. Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, teilweise Sachsen bis rauf nach Norddeutschland. Da kann es zwischen 8 und 11 Uhr auch noch mal 5 bis 20 Liter Regen geben. Eben bei kräftigen Schauern und Gewittern. Ja, und der Rest, der Westen, wir kennen das schon, da fällt fast nichts vom Himmel runter. Vielleicht noch ein paar Gewitterschauer im süddeutschen Raum. Ja, und wir gucken noch weiter morgen am Samstagmittag, Nachmittag von 11 bis 14 Uhr. Der Schwerpunkt weiterhin hier im Osten. Und zwar von der Ostseeküste über Meckpommen, Brandenburg, Berlin bis nach Sachsen. Da weiter Regen. Also genau dort, wo es auch schon sehr trocken war die vergangenen Wochen und Monate. Da gibt es wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Niederschlag. Wenn es aber der Starkregen ist, der fließt meist direkt oberflächlich ab, kann eben überhaupt nicht so gut einziehen, je nach Erdboden. Und deswegen drohen hier und da auch Überflutungen bzw. Sturzfluten. So viel zum Regen nach dem amerikanischen Wettermodell. Das hier ist die Regensummenprognose. Also war eine gewesen der vergangenen Stunden vom deutschen Wettermodell. Ich musste mal rauskramen, weil es einfach so spannend war. Und wir sehen hier so einen grauen Klecks genau in Berlin. Und da hat tatsächlich einmal in den vergangenen Stunden das deutsche Wettermodell Icon sehr viel Regen berechnet. Bis zu 140 Liter Regen pro Quadratmeter in Berlin. Das war natürlich nur eine Prognose von vielen. Nur ein paar Stunden später sah das Ganze nämlich so aus. Also kein so starker Regen mehr in Berlin. Dagegen hier Richtung Sachsen und Südbrandenburg. Heftiger Regen. Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Man sieht also, die Amerikaner wie auch die Deutschen mit ihrem Wettermodell sehen den Schwerpunkt eher so hier in diesem Bereich. Von Norddeutschland über Ostdeutschland bis hier runter in den Bayerischen Wald. Dort können es wohl die heftigsten Entwicklungen heute und morgen geben. Da wird es wohl am spannendsten sein. Aber die Regenmengen für den Westen. Ich wiederhole mich. Hier ist wirklich fast nichts zu sehen. Ein paar Tröpfchen hier im Band. Hier und da ein paar Schauer. Also die große Erlösung von der Trockenheit wird das bei weitem nicht werden. Wie geht es danach weiter? Wir schauen nach Norddeutschland bis zum 8. September. Und zwar nach der Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell. Die Temperaturen gehen runter von 15 Grad in 1500 Metern Höhe. So langsam Richtung 5 Grad sogar nur noch. Das ist die Prognose Europäer, wie gesagt. Also wird rimmig frisch werden. Und danach steigen sie aber ein bisschen an auf 8 bis 9 Grad in 1500 Metern Höhe. Das heißt unten am Erdboden 20 bis 23 Grad. Beim Regen zunächst starke Regensignale heute und morgen. Und dann lässt das Ganze doch deutlich nach. Vielleicht Anfang September wieder einzelne Schauer und Gewitter. Wir schauen nach Westdeutschland auf die 2 Meter Temperatur. Krasse Absturz. Gestern knapp über 30 Grad. Dann geht es runter. Und zwar auf Werte um die 20 bis 22 Grad. Danach bleiben wir so bei 20 bis 24 Grad Wohlfühltemperaturen auch für den Westen. Und wir müssen feststellen, neue Hitze ist da nicht mehr in Sicht bis zum 8. September. Beim Regen zunächst Signale heute und morgen. So ein paar. Wir haben es gesehen. Nicht wirklich viel. Und dann komplette Trockenheit über Tage hinweg. Und dann vielleicht Anfang September hier und da wieder ein paar Regenschauer mit dabei. Der Blick nach Ostdeutschland. Auch bis zum 8. September. Auch ein krasser Temperaturrückgang. Von Temperaturen knapp um 30 Grad geht es runter auf 20 bis 22 Grad im Mittel im Osten des Landes. Auch hier ist keine neue Hitze mehr in Sicht. Das ist zumindest die gute Nachricht. Und nach dem kräftigen Regen heute und morgen wird es aber auch sehr trocken weitergehen im Osten. Kaum Regensignale bis zum 8. September. Und wir schauen nach Süddeutschland. Hier auf die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe. Zunächst 25 bis 28 Grad. Dann geht es auch hier runter auf Werte um die 20 bis 25 Grad. Und auch hier können wir festhalten, für alle Hitzegeplagten ist es keine neue Hitzewelle mehr in Sicht. Mit Temperaturen von 30 bis 35 oder 36 Grad. Aber dafür vermehrt Anfang September Niederschlagsignal. Da könnte es also etwas mehr Regen geben. Und zum Schluss der Blick in die Landesmitte hinein. Hier auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Zunächst um die 15 Grad. Dann geht es hier runter bis zum Monatswechsel auf 7 bis 8 Grad in 1500 Metern Höhe. Das zeigt eben an, es wird kühler. Also auch unten am Erdboden wird es kühler. 20 bis 23 Grad. Das Maximum, was unten wahrscheinlich so erreicht werden wird. Danach wieder ein ganz leichter Anstieg. Aber hier können wir ganz klar sehen, es ist keine neue Hitzewelle in Sicht. Es geht also nicht komplett weiter wie bisher. Es wird einfach nicht mehr so heiß sein. Aber die Trockenheit, die bleibt uns trotzdem erhalten. Nach dem Regen heute und morgen tagelang kaum noch Niederschlagsignale. Vielleicht mal ab dem 6., 7. September. Nehmen die ein bisschen zu, aber bis dahin ist noch viel Zeit. Da wird sich das Ganze wahrscheinlich noch mal etwas ändern. Das sieht also in Sachen Regen wirklich böse aus. Da hat unser Landwirt recht. Der wohnt ja im Westen, im Westerwald. Und wenn es da nicht bald Regen gibt, es sieht wirklich katastrophal aus auf den Feldern. Und der Mais ist auch in die sogenannte Notreife gegangen. Das heißt, er muss jetzt mal schnell geerntet werden. Wird wahrscheinlich deutlich weniger Ertrag bringen. Aber wir haben vor Tagen schon darüber gesprochen, was machen die Regenprognosen der Noah. Da haben wir gezeigt, gestern Morgen, Noah rudert mehr und mehr in Richtung zu nasser September. Das war die Prognose, noch die alte von gestern Morgen von der Noah. Und Noah sagte da, ja, im Osten und im Norden vermehrt Regen möglich. Mehr Regen als üblich in einem September. Deswegen die grünen Farben. Und man mag es kaum glauben, Noah bleibt dabei. Das hier ist die neueste Prognose. Noch ein bisschen mehr grün in Deutschland. Und grün ist die Farbe der Hoffnung. In dem Fall die Farbe der Regenhoffnung. Grün bis zur Mitte Deutschlands. Das heißt, dort könnte es überall zu nass werden im September 2022. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So ganz glauben kann ich diese ganze Entwicklung noch nicht. Wenn wir uns die nächsten 10 bis 14 Tage anschauen, wir müssen abwarten. Auf jeden Fall, das sind Karten der Hoffnung für alle, die auf Regen hoffen. Das sind nicht gerade wenige. Es könnte was werden im September mit mehr Niederschlag als üblich. Wir bleiben natürlich hier bei wetter.net für euch dran. Einen schönen Freitag und schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss, bis bald.